Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1699 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017